Jan Steen Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen. Na, was wird denn hier gefeiert? Ein paar Hinweise gibt uns der Maler schon. Das Kind im Bild Mittelpunkt ist sehr jung, hat ein hübsches Häubchen auf und liegt in den Armen der Mutter. Und wäre da nicht das Glas in der Hand der Frau im linken Bildrand, so würde uns noch eindeutiger erscheinen, dass hier eine Tauchfeier gemeint ist. Der zeitgenössische Betrachter erkannte zudem die Haube, die sich der Großvater aufgesetzt hat, als jene, die ein junger Vater zwischen Geburt des Kindes und dessen Taufe getragen hat. Drei Generationen haben sich eingefunden, um diesen Tag zu feiern. Der Bildtitel ist auf die Textzeile zurückzuführen, die die Großmutter entziffert. Das Bild zeigt auch im rechten Bildrand, dass der schlechte Einfluss der Erwachsenen, übrigens ein Selbstbildnis von Steen ist hier integriert, sich auf die Kinder überträgt. Der Mann im mittleren Alter animiert den Jungen zum Tabakrauchen. Auch der Papagei, ein Symboltier für die unreflektierte Nachahmung, steht für diesen Effekt. Die Vögel daneben im Käfig wiederum könnten für das Wort Vögeln stehen, was in den Niederlanden der damaligen Zeit wie heute ein Synonym für den Geschlechtsverkehr war. Auch das Stöfchen an den Füßen der Frau links, übrigens ein Porträt von Jans Ehefrau, spielt kokett mit dieser Assoziation. Wir können uns gut vorstellen, wo der warme Rauch hinbläst. Die Austern als Aphrodisiakum liegen auch bereit. Typisch niederländisch wird das Bild mit zahlreichen Stilllebenelementen bestückt. Eine geschälte Frucht liegt im Bildmittelpunkt. Gefäße verschiedenster Materialien sind im Bild vorhanden. Diese stehen einerseits natürlich für die Lasterhaftigkeit der gezeigten Familie, andererseits beweist Jans Dehn damit sein malerisches Können. Abonnieren Vielen Dank.